Freunde, im heutigen Video sind wir von SirScarrys Riesenvilla entkommen. Und Freunde, ich kann nur sagen, das Ganze war richtig, richtig schwer. Und ob wir mit der Lamy Army entkommen sind, schaut einfach selber das Video bis zum Ende. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit kann auch schon das Abenteuer beginnen. Wir sehen hier SirScarrys Mansion, also SirScarrys Haus oder Villa, was auch immer. So sieht er auf jeden Fall aus. Und wir drücken einfach mal auf Spielen. Und, oh, normal oder schwer, Freunde? Ganz klar nehmen wir die schwere Schwierigkeit. Okay, die Lamy Army wartet hier auf jeden Fall aus, schon ganz fleißig auf mich. Und Leute, vielleicht hört ihr es immer noch raus. Ich bin noch ein kleines wenig krank, aber egal. Heute kann mich auf jeden Fall nichts stoppen. Ich habe auf jeden Fall in den Kommentaren gesehen, dass ihr mir ganz oft gute Besserungen geschrieben habt. Also vielen, vielen Dank an jenen, der das geschrieben hat. Und auch an euch. Gute Besserungen, falls ihr krank seid. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir auf jeden Fall SirScarry. So sieht der aus. Okay, der hat so irgendwie Krallen oder so. Okay, und ein Loch im T-Shirt. Hey, brauchst du ein neues T-Shirt? Dann guck einfach in den Lamy Shop vorbei. Da gibt es genug T-Shirts. Und hier gibt es... Oh mein Gott! Ein Knopf. Oha! Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Moment mal. Banani im Kackermörd. Alter, wie fresh ist das denn? Ja, ja, ja. Was geht ab? Okay, hier haben wir SirScarry. Er mag es nicht, wenn sein... Wenn sein was? Wenn sein Schlaf unterbrochen wird. Okay, dann schlaf einfach mal weiter. Ich möchte dich nicht stören. Äh. Oh, oh. Nein, jetzt ist er da aufgewacht. Oh, das ist gar nicht gut. Hey! Nein, nein, nein. Wer von der Lamy Army hat seinen Po gekitzelt? Hä? Ihr habt ihn aufgeweckt. Nicht ich. Ich war ganz vorsichtig. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier wohin laufen. Ich habe absolut keine Ahnung hier. So, oh, da vorne. Okay, da vorne wartet auch schon einer von der Lamy Army. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Oh, ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Ist ja mal mega langsam hier der Typ. Oh, Mann. SirScarry. Oh, ich werde ihn sogar getragen. Ist sehr langsam, wie es scheint. Okay, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance zu entkommen. Es gibt kein Entkommen. Oder, das werde ich Ihnen zeigen. Ich werde auf jeden Fall mit der ganzen Lamy Army natürlich hier entkommen. Also, let's go. Ähm. Oha. Okay, da sterben schon die Ersten. Ich weiß ja nicht so ganz. Wir haben hier auf jeden Fall wieder einen Shop am Start. Uh, ein Hubschrauber für 700 Robux. Oha. Ein Pogo-Stick. Okay. Ein Panzer für 800 Robux. Oh, ich weiß nicht, Freunde. Soll ich das kaufen oder nicht? Ich glaube, den kaufe ich mir gleich noch auf jeden Fall. Dieser Panzer sieht echt cool aus. Und damit können wir anscheinend noch andere Leute abschießen. Oh, da. Das lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen. Diesen Spaß will ich auf jeden Fall mitnehmen für euch. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Stacheln. Wir dürfen da bloß nicht reinfallen. Oh oh. Oh oh. Die anderen fallen da auf jeden Fall rein. Leute, passt auf, wo ihr hintretet. Okay, ab durch den Lüftungsschacht. Und Leute, ihr hört schon, meine Nase ist komplett zu. Ey, was ist das hier? Ich muss, ich muss ins Krankenhaus. Ich muss Medizin nehmen. Oha. Meine Nase. Ich brauche Nasenspray. Dann los. Ah, warte mal. Hier sind doch so Laser überall. Oh mein Gott. Okay, das war sehr knapp. Ja, aber das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Alles hier. Auch wenn das die schwere Schwierigkeit ist. Für uns ist es natürlich, oh mein Gott, nicht zu schwer. Na toll. Na ja, weiter geht es, Freunde. So, wir dürfen jetzt bloß nicht hier auf das Rote treten. Ihr seht schon, die anderen können hier drauf treten. Weil die haben alle die leichte Schwierigkeit genommen. Oh Mann. Leute, Leute, Leute. Wenn ihr immer mit mir mitspielt, dann nehmt auch die schwere Schwierigkeit. Das ist ganz wichtig. Seht ihr das? Das Mädchen hat einfach die leichte Schwierigkeit. Ja, ganz genau. Du. Uh. Äh. Ja. Wir gehen einfach mal weiter. Hier ist nämlich ein Knopf. Also ein Hebel. Oha. Okay. Und wir müssen jetzt da ganz oben klettern. Ey. Schubst du mich nicht runter hier. Ey. Was soll das? Oh Mann ey. Ihr kleinen Frechdachse. So. Oh. Ich glaube, der da oben macht das Stau. Ey. Lass. Toll. Oh mein Gott. Ich fall hier wieder nach unten. So. Okay. Wir sind durch. Sehr gut. Das sollte hier auch kein Problem sein. Das ist ja alles hier in Slow Motion. Oh. Warte. Hier ein bisschen aufpassen. Okay. Mal gucken. Oh. Toll, Randolf. Du bist auf jeden Fall der größte Noob, der hier am Start ist. Ja. Toll. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Das sieht aus nach einer Rutsche, oder? Ja. Let's go. Genau dafür spielen wir doch das Spiel. Wegen der Rutsche. Yeah. Okay. Aber hier gibt es keine Rutsche mehr. Na toll. Hier ist ein riesen Bärenfall. Ja. 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 Um uns zu stoppen, braucht man also wirklich so riesen Bärenfall. Oha, Leute. Passt auf. Ja. Nein. So. Jetzt aber bloß nicht reintreten. Hä? Warum sieht das bei dem so komisch aus? Oha. So. Ey, Mann, ey. Bin ich wirklich so ein Noob, ey? Okay. Alle sind schon drüben, außer ich. So. Dann beeile ich mich mal, ohne hier rein zu treten. Na toll. Oh mein Gott. Freunde, muss ich mir jetzt wirklich etwas aus dem Shop hier kaufen? Ein Jetpack? Ein Auto? Oh, ein Panzer? Ja, Freunde. 800 Robux kostet das Ganze. Ich mache das natürlich für euch, damit ihr das nicht kaufen müsst. So. Tank gekauft. Wo haben wir denn jetzt? Oha. Oha. Alter. Was geht denn jetzt ab? Okay. Kann ich die jetzt wirklich abschießen? Moment mal. Wir schießen mal. Oh. Hä? Wo habe ich denn hingeschossen? Moment. So. Und. Ja. Habt ihr das gesehen? Ich habe den da abgeschossen da hinten. Und nochmal. Toll. Ja. Oh mein Gott. Okay. Das wird auf jeden Fall Riesenspaß. Können wir hier sterben? Oh. Ja. Toll. So. Jetzt darf ich aber wirklich nicht sterben. Oha. Okay. Okay. Mädchen. Schubst mich da nicht rein, ey. Was machst du da? So. Und. Ja. Ich habe es endlich geschafft. Oh mein Gott. Okay. Was haben wir denn hier? Moment mal. Erstmal muss ich hier ein paar Leute abschießen. So. Ja. Nimm das. Und nochmal. Ja. Oh. Warte. Jetzt habe ich jemanden getroffen. Komm schon. Das Mädchen muss sich treffen. Oder? Oh. Komm schon. Oh. Oh. Upsi. Naja. Wir laufen einfach mal weiter. Alter. Was ist das denn da unten? Warte mal. Chillt da jemand von der Lamy Army? Ey. Banani. Im Kackermörsch. Toll. Der wollte mich runterschubsen. Und das hat er auch irgendwie geschafft. So. Weiter. Hier einmal die Tasse drücken. Und. Oh Gott. Oh Gott. Hier dürfen wir. Nein. Nicht drauf. Oh mein Gott. Ey. Bin ich so schlecht geworden. Das liegt nur daran, dass ich krank bin, Freunde. Ja. Wenn ich gesund bin, dann bin ich wieder der Ombi König. Aber jetzt, wo ich ein bisschen krank bin, bin ich so schlecht. Ich bin außer Übung, Freunde. Es tut mir leid. So. Wir haben auf jeden Fall den Knopf gedrückt. Ich habe zwar keine Ahnung, was uns dieser Knopf hier bringt. Aha. Wir mussten damit also die Luft weg machen. Okay. Verstehe. Verstehe. Was haben wir hier? Ich sehe da hinten auf jeden Fall böse Bäume. Oha. Okay. 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 Leute. Hört auf, mich zu schubsen hier. Ich weiß, was ihr vorhabt. Hier kleine Rabauken. So. Okay. Wir sind drüben. Und. Oha. Warte mal. Ja. Let's go. Durch den Wald der bösen Bäume. Okay. Ähm. Hallo. Baum. Hä? Hä? Was hat mich denn jetzt gekillt? Hä? Verstehe ich nicht. Was war das? Moment. 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 Habe ich irgendwas übersehen? Oh mein Gott. Was ist das denn? Hilfe. Okay. Okay. Das habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Okay. Da müssen wir uns ja wirklich beeilen. Wir haben keine Zeit mit den Bäumen hier zu reden. Alter. Was ist das denn da hinten? Okay. Ist das hier also Sir Scary? Ähm. Sir Scary. Wo soll ich hin? Ich will nicht. Oh nein. Aber. Oh. Toll. Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Bin ich schlecht. So. Jetzt falle ich aber wirklich nicht runter. So. Ich kann ihn sogar ein bisschen abkürzen. Okay. Und dann müssen wir wohl wirklich da reingehen in Sir Scaries Kopf. Ich glaube das ist Sir Scary, oder? Also so sah er doch aus. Und das ist auch Sir Scary. Oh mein Gott. Ich muss mich beeilen. So. Jetzt bloß nicht runterfallen. Und. Let's go. Oh. Hallo. Oh Gott. Ähm. Okay. Sind wir jetzt in seinem Kopf drin? Alter. Das sieht wirklich sehr sehr komisch aus hier. Sehr sass, oder? Oha. Okay. Hier haben wir wieder Algengrütze am Start. Unten. Oh. Und ich falle direkt erstmal rein. Perfekt. So. Jetzt aufpassen. Warte mal. Hä? Verschiebt sich das Ding? Ja. Oha. Das habe ich gar nicht gesehen. So. Einmal hier rüber. Und. Perfekt. Und es wird wieder Zeit, jemanden abzuschießen. So. Du da hinten. Und. Ja. Nein. Komm schon. Nein. 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 Du kommst nicht rüber. Und. Äh. Nein. Jetzt ist der Selma runtergefallen. Vielleicht der da hinten. Und. Ähm. Hä? Ich treffe ja gar keinen mehr. Ich bin ja voll ein Noob geworden. Moment mal. Komm schon. Ich muss jemanden treffen. Sonst. Sonst gehe ich hier nicht weg. Toll. Ey. Die schaffen selber nicht mal hier rüber zu springen. Dann. Äh. Probiere ich das mal da oben bei den anderen Leuten. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Hier sind nämlich noch viel mehr Leute, die ich abschießen kann. Nimm das. Äh. Warte mal. Kuschelt Banani da gerade mit Bluecraft? Oha. Okay. Das reicht auf jeden Fall mit euren zassen Sachen hier. So. Wir haben jetzt Kisten am Start. Und wir müssen wohl eine Treppe bauen. Okay. Warte mal. Reicht das vielleicht? Moment. Äh. Vielleicht machen wir eine Räuberleiter. Oh. Komm schon. Und. Ja. Nein. 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 Hält mich hoch. Komm schon. Wir müssen das auf jeden Fall so schaffen. Wir brauchen diese Kiste gar nicht. So. Und. Yeah. Let's go. Oha. Mit der Kraft der Freundschaft haben wir das auf jeden Fall geschafft. Und ihr müsst auf jeden Fall jetzt immer noch die Leiter bauen. Let's go. Und ich laufe schon mal weiter. Hier. In diesem komischen Körper oder so. Keine Ahnung was das ist. Und. Oha. Okay. Ich glaube wir warten doch nochmal. So. Oh. Warte mal. Äh. Haben die immer noch eine Kiste in der Hand? Oder sieht das nur so aus? So. Wir hüpfen hier einfach mal weiter. Oh mein Gott. Wie schwer ist das denn? Okay. 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 Ich glaube hier müssen wir uns wirklich. Oh Gott. Konzentrieren. So. Zack. Nein. Oha. Ich glaube ich muss mir doch gleich das Jetpack kaufen machen. Wenn es so weiter geht. Wie oft bin ich heute bitte gestorben? Ich bin wirklich so schlecht geworden. So. Okay. Ja. Okay. Ich sag's doch. Wenn ich mich einmal konzentriere. Dann klappt das. Verwende die Sprungbretter unten. Um rüber zu kommen. Hä? Oha. Oha. Let's go. Trampolin Action. Okay. Okay. Oha. Oha. Okay. Wir müssen einmal hier drauf. Dann hier lang. Okay. Verstehe. Verstehe. Ja. Das ist echt cool gemacht. Irgendwie erinnern mich diese Sprungfelder an Sonic. Keine Ahnung warum. Die erinnern mich einfach voll an Sonic. An diese Sprungboost-Dinger. Wisst ihr was ich meine? Alter. Was ist das denn hier? Okay. 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 Wir gehen einfach mal weiter. Obwohl. Wisst ihr was? Wir fahren weiter. Let's go. Mit dem Panzer ist alles möglich. Oder auch nicht. So. Jetzt werden wir aber nicht failen. Wir laufen jetzt ohne zu sterben einfach rüber. So. Oha. Der Weg ist aber ziemlich lang muss ich sagen. So. Ich hoffe mal dass da vorne ist ein Checkpoint gewesen. Denn wenn ich jetzt runterfalle muss ich hoffentlich nicht nochmal ganz von vorne loslaufen. Oha. Okay. Komm schon. Noch ein bisschen. Ich glaube nämlich. Wir sind schon fast am Ende. Let's go. Nimm das hier. Oh. Warte mal. Vielleicht kann ich jemanden da vorne treffen. Und. Komm schon. Yeah. Oh mein Gott. Ich bin ein richtiger Scharfschütze. Okay. Warte mal. Ist er gerade geflogen? Ähm. Okay. Hat er schon die Obby geschafft oder was? Und. Oha. Hallo. Wo sind wir hier? Oh Gott. Ich glaube. Oh. Warte mal. Müssen wir jetzt noch gegen Sir Scary kämpfen oder was? Na komm doch her. Ich hab einen Panzer und du nicht. Nimm das. Und. Warte mal. Können wir die treffen? Ich glaube nicht. Oder? Hä? Was passiert hier? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Hä? Was ist hier passiert? Hä? Okay. Ich nehm einfach mal so einen Pilz oder so. Ähm. fliehe durch den Wald. Freunde. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Ähm. Okay. Verstehe. Wir müssen auf jeden Fall weitergehen. So. Warte. Können wir den vielleicht abschießen? Ich komme nicht rüber. So. Und. Nimm das. Nein. Okay. Der ist auf jeden Fall immun gegen meine Panzerschüsse. So. Am besten. Wir laufen auch einfach mal hier weiter. Dürfen wir hier rein? Ja. Okay. Perfekt. Oha. Oha. Warum ist der so schnell? So. Einfach weiter. Einfach weiter. Oh mein Gott. Der holt mich ein. Nein. Nein. Oha. Voll der Jumpscare. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hä? Warte mal. Hä? Jetzt müssen wir einfach gegen ihn kämpfen. Ich glaube, wir haben das Spiel irgendwie verpackt oder so. Okay. Das mussten wir auf jeden Fall vorhin nicht machen. Wir wurden irgendwie in eine andere Dimension teleportiert oder so. Oh mein Gott. Alter. Was geht denn jetzt ab? Alter. Was geht denn jetzt ab? Wie OP ist der denn bitte? Okay. 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 Dann versuchen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Oh wei. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der ist aber schon ziemlich schnell, muss ich sagen. Oh Gott. Nimm das. Nimm das. Ich treffe irgendwie nicht. So. Jetzt kommen schon. Alter. Der hat einfach Laser Augen. Das ist so unfair. So. Jetzt werde ich aber nicht verlieren, mein Freund. Nimm das. Okay. Ich muss auf jeden Fall immer springen, wenn ich schieße. Sonst treffe ich irgendwie nur den Boden. So. Okay. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Komm schon. Oh. 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 Okay. Okay. Doch. Doch. Ich glaube, ich habe den Trick raus. Ja. Jetzt wirst du mich auf jeden Fall nicht mehr besiegen. Komm schon. Oh. 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 Warum greift mich eigentlich nur der Kopf von Shaskary an? Oh mein Gott. Was macht er denn jetzt? Okay. Ähm. Ja. Ich glaube, wir haben gerade einen Backflit gemacht. Mein Kollege kam Backflit. Ja. Dann zeig mal, was du drauf hast. Ich werde dich jetzt besiegen. Komm schon. Ja. Ähm. Ähm. Und was ist mit seinem Körper? Bleibt er jetzt einfach hier oder was? Ey. Shaskary's Körper. Hallo. Wache auf. Was? Oha. Oha. Okay. Jetzt müssen wir durch das Portal. Und ich glaube, jetzt sind wir auch wieder in diesem komischen Wald drin. Sage ich doch. Wir haben vorhin das Spiel einfach, ähm, verbuggt oder so. Keine Ahnung. Okay. Wir fahren jetzt einfach hier mit dem Panzer wieder los. Und nimm das. Warte mal. Am besten. Ich muss hier irgendjemand abschießen. Sonst bin ich nicht zufrieden. Vielleicht den da. Aha. Randolf. Du alter Opa. Da musst du am besten schneller laufen. So. Okay. Diesmal wird mich SirSkary hoffentlich nicht bekommen. Der war vorhin irgendwie so schnell. Hä? Hä? Was geht jetzt ab? Alter. Was passiert mit SirSkary? Warte mal. Es gibt zwei SirSkary's. Okay. Das wird mir langsam ein bisschen zu schass, Freunde. Wir laufen jetzt einfach mal hier endlich in den Ausgang rein. Oha. Oha. SirSkary. Was ist jetzt hier los, Mann? Hä? Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oha. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Alter. Das war so knapp, Mann. Was, Freunde? Ich kaufe jetzt einfach mal hier so eine Speed Coil. Ich will jetzt nicht nochmal geschnappt werden. 200 Bow Bugs. So. Ich frage mich, wie viele habe ich jetzt insgesamt ausgegeben? 800 plus 200. Einfach 1000 Bow Bugs hier schon ausgegeben. So. Aber jetzt kann dieser SirSkary mich auf jeden Fall nicht bekommen. So. Wir laufen einfach mal durch. Das sollte jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr sein. So. Dich überholen wir auch noch. Tja. Ciao. Hättest du auch mal so eine Speed Coil wie ich? Und da vorne warten auch schon die anderen von der Lamy Army und springen. Oha. Ihhh. Was ist das denn hier? Das ist einfach Algengrütze von Spongebob oder so. Oh. I get, I get. Ich glaube wir haben es jetzt aber endgültig geschafft und schwimmen hier einfach mit SirSkary. Ähm. Ähm. Ja. Okay. Wie auch immer. Wir sind jetzt endlich am Ziel angekommen. Und ich muss wirklich sagen. Diese Escape-Obi war ziemlich cool. Oder Freunde? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie fandet ihr dieses Spiel von 1 bis 10? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und jetzt sind wir auch SirSkary. Yeah. SirSkary in einem Panzer. Let's go. Nimm das. Und komm schon. Warte. Ich muss jetzt hier den Fake SirSkary besiegen. Oh. Nee. Moment mal. Ähm. Hallo? Hallo? Ich kann nicht zielen. Wo zielen? Aha. Jetzt aber. Aber Freunde. Das war es auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt könnt ihr links das letzte Video abchecken. Das ist auch mega cool geworden. Unten rechts müsst ihr unbedingt den Kanal abonnieren. Falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao.